Wie schön, dass du da bist. Es ist so lange her. Und Sie? Sie müssen Adele sein. Bonjour. Ich möchte ein Toast ausbringen auf Valmolin. Und ebenso auf... ...auf euch, die ihr wieder zusammenkommt, wie damals, als ihr klein wart. Verpiss dich, Sébastien! Kannst du mir erklären, warum du ihn so hast? Mir ist nie ein schlimmeres Arschloch begegnet. Weißt du noch, wie du ihn genannt hast? Die Schlange, meinst du? Äh, ich muss gestehen, dass ich euch um eure schönen Erinnerungen beneide, die ihr gemeinsam haben müsst. Ich bin in Valmolin geboren, ich lebe in Valmolin, ich kümmere mich um die Bau. Und das wird sich auch nicht ändern, fürchte ich. Es ist Adele, meine Verlobte. Sie ist zum ersten Mal in Valmolin. Du musst wissen, was du tust. Wie bitte? Ah! 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 ARD Plus. Wiedersehen macht Freude.